Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch mal meinen selbstgemachten Plüsch-Tier-Item. Das Flughörnchen-Item. Wenn Mario ist, berührt wird er zum Flughörnchen Mario und kann gleiten und auch ein bisschen fliegen. Und ja, dazu habe ich jetzt ein Video gemacht. Viel Spaß! Mann, dieses Mario-Level. Ich bin froh, wenn Super Mario Odyssey rauskommt. Da habe ich viel, viel mehr Spaß mit meiner Mütze. Was ist das denn, eine Röhre? Wow, ich fliege. Oh, zum Glück, jetzt lande ich ganz sanft auf dem Boden. Ich war fast ganz hart aufgekommen. Oh, das ist voll cool, dieses Item. Ich liebe es. Wie kann ich es nochmal kriegen? Oh, Mann, dieser Gumba. Oh, gut, jetzt weg. Mann, ich hasse Gumbas. Die müssen mir immer den Spaß verderben. Hm, wie kriege ich dieses Item wieder? Dieses Wii U-Level macht doch mal mehr Spaß, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich sogar mehr Spaß als Super Mario Odyssey. Was war das? Hm, egal. Doink. Wow, das war wohl eine Eichel. Juhu, jetzt bin ich wieder am Flug, Mario. Wahoo! Ah! Oh. Ich muss noch ein bisschen fliegen üben. Mann, ich möchte einen mal in der Hand halten. Jetzt habe ich das Power-Up. Jetzt kann ich es nicht mehr einnehmen. Wink. Wink. Oh, perfekt. Wow. Oh, das ist wie ein kleines Kücheltier. Hm. Wie schön. Juhu! Wuhu! Wuhu! Hi, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Es war einfach mal eine kleine Idee von mir, dieses kleinen Pi, dieses Power-Up halt zu machen. Und es hat eigentlich auch ganz schön viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Du tötest mich nicht noch einmal. Bleh!